hallo meine lieben fußballfreunde ja und herzlich willkommen hier zu diesem video es geht um ein ja es geht um die gamescom wenn man so sehen will dieses jahr aber auch gleichzeitig sorry das fenster ist auf aber auch gleichzeitig um dieses format hier dieses format habe ich im januar eingeführt top shirt on tour und ich habe ja schon bereits drei unterschriften nämlich von den losers und lp mit kev habe ich bereits drei unterschriften drauf und habe im januar ich weiß gar nicht mehr den tag genau muss ich zugeben ich habe es irgendwo aufgeschrieben muss ich raussuchen habe ich aber ein weiteres paket fertig gemacht oder so gesehen das erste paket fertig gemacht und zwar zu gronk und pandoria und ich habe bislang nichts gehört ich weiß natürlich dass sie viel zu tun haben aktuell sind sie auch in japan und machen da ja urlaub und ich finde es ein bisschen schade dass ich nichts gehört habe also klar wie hier schon gesagt habe die haben viel zu tun haben auch ihre termine ihre aufnahmezeiten ist ja natürlich klar dass die dann das nicht sofort machen aber ich weiß dass die viele sachen immer auspacken ihre pakete immer abholen und das ding ist halt einfach ich weiß nicht ob dieses paket überhaupt angekommen ist ist es irgendwo verschollen gegangen ja weil wie er sieht das ist ja jetzt kein paket es ist ja so gesehen ja eine zugesendung es ist ein großer umschlag wo ich mein t shirt ein stift ein brief eingesteckt habe und wo ich ja auch so geschrieben habe ja ich habe solche schöner gemacht aber ich denke ihr seht das gerade nicht weil ich in der mitte bin und ja nicht ich finde schade nichts von denen gehört zu haben ich habe auch schon so über twitter versucht die mehr oder weniger anzuschreiben so von wegen hey hier hallo pan und so von wegen hier ich habe im januar was losgeschickt ist da irgendwie mal was angekommen also lieber gronk liebe pan wenn ihr dieses video hier sehen solltet wäre toll wenn ihr gucken könntet ob das paket überhaupt angekommen ist ich weiß es nicht weil natürlich würde ich dieses jahr zu games kommen wo ich ja natürlich auch dieses jahr wieder hingehe dann weitere unterschriften sammeln und ja und deswegen wollte ich unbedingt dieses video hier aufnehmen und ähm ich hoffe ihr versteht das ja und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen tag ich hoffe euch erreicht dieses video wenn nicht versuche ich es weiterhin und ja und mir an der stelle noch zu sagen euch einen wunderschönen tag und genießt das wetter draußen und mir noch zu sagen anpfiff abpfiff tor schaufens mal freunde und bis zum nächsten mal haut rein und tschüss